Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video zeige ich euch das neue Disney Dreamlight Valley Gewinnspiel, wo man ein paar Kleinigkeiten gewinnen kann. Ich zeige euch, wie ihr relativ günstig an Mondsteine kommen könnt, zumindest im Falle der Playstation 5. Und wir werden natürlich die nächste Mike-Mission machen, aber erstmal gehen wir zu Dagobert. Yes, 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 genau. Mal gucken, was wir da wieder bekommen haben. Danke nochmal für den schönen Stream gestern. Vielen, vielen Dank. 8000 Abonnenten haben wir geschafft. Über 8000 Abonnenten. Freut mich sehr. Wirklich, ich bin überwältigt. Vielen, vielen Dank für euren Zuspruch. Spenden, Mitgliedschaften, Likes fürs Zugucken und für die lieben Kommentare. Vielen, vielen Dank. Klamotten haben wir natürlich wieder nichts, aber da habe ich jetzt auch nichts erwartet. Das haben wir schon. Küchentheke nehmen wir natürlich mit. In einem wunderschönen Rot. Also, das ist mein absolutes Lieblingsrot. Das nehmen wir natürlich mit. Gerne, gerne, gerne. Das sollten wir auch schon alles haben. Das haben wir auch schon. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr alles so bei Dagobert habt. Ich höre aber eigentlich nur Positives von euch. Tatsächlich habe ich aber meistens eigentlich auch. Also, genau. Viele Küchentheken leider immer noch. Unfassbar, dass wir immer noch nicht alle haben. Na, Olli, da gibt es noch viel, viel mehr. Ja. Oh, guckt mal hier, ja. Eine der neuen Schränke. Ja, das hatte ich ja bei den Leaksachen gezeigt. Ich dachte, das wäre ein Mondsteinshop-Gegenstand. Aber da habt ihr geschrieben, ihr hattet diesen Gegenstand schon teilweise bei Dagobert. Ist also kein Mondsteine-Gegenstand. Könnt ihr hier bei Dagobert bekommen. Skellingtons großes Bücherregal. Sieht cool aus. Ja, das haben wir schon. Küchentheken natürlich wieder in Rot. Ja, nehmen wir natürlich auch mit. Auch ein schreckliches Rot, muss ich sagen. Das haben wir schon. Die haben wir natürlich auch schon. Habe ich auch noch nicht. Guck. Ja. Wunderbar. Nein, ist schon cool, Dagobertsladen. Also, man kriegt wirklich sehr viele neue Sachen am Stück. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass dann irgendwann, dass man dann irgendwann wieder alles doppelt bekommt, weil man sehr viel natürlich schon wieder dann hat. Das ist natürlich der Nachteil am großen Shop, dass man immer viele Sachen kauft und schnell alles hat. Das ist dann ein bisschen doof. Aber naja, wir wollen uns ja nicht beschweren. So finde ich die Größe auch gut. Größer müssen wir es auch gar nicht machen. Nehmen wir auch nicht. Oh, Controller ist gleich leer. Ui, 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 ui. Sollte aber eigentlich noch passen. Genau, Dagobertsladen haben wir. Da hinten das Bett hatte ich auch schon. Ich muss mal eben was snacken. Snacki, snacki. 140.000 Münzen noch. Ja, ich bin pleite. Bett haben wir. Auch schon. Genau. Dann zeige ich euch jetzt erstmal das neue Gewinnspiel. Das haben sie, glaube ich, vorgestern sogar schon gepostet. Ich weiß gar nicht, ob ihr da schon mitgemacht habt, ob ihr schon was davon gehört habt. Genau. Gehen wir mal eben rein. Oh, sorry. So, jetzt. Genau. Monstreal Sweepstay. Ich hab's jetzt hier auf Deutsch übersetzt. Da könnt ihr mitmachen. Genau. Da gibt's mehrere Möglichkeiten. Ich hab leider noch gar nicht mitgemacht. Ne, ich find die Preise jetzt nicht unbedingt super, super interessant. Es haben auch schon 5, 4, 5. 55.000 Leute mitgemacht. 25 Tage habt ihr noch Zeit. Also, die Chance ist auch relativ wahrscheinlich. Es können auch nur, unwahrscheinlich, es können auch nur 3 Leute gewinnen. Geht aber sogar in Deutschland. Also, ich hab bei diesen Konditionen gelesen, dass Deutschland nicht bei den gesperrten Ländern ist. Das sind so Länder, glaube ich, wie Syrien, Russland und so weiter. Aber unser Land kann auf jeden Fall mitmachen. Könnt ihr mal gucken. Genau. Hallo, Dorfbewohner im Tal. Wir fordern Hashtag Live Monstrosly in Disney-Dunard-Valley heraus, um die Veröffentlichung unseres neunten kostenlosen Updates The Love Floor zu feiern. Das jetzt für alle Spiele da verfügbar ist. Was wahrscheinlich viele schon durchgespielt haben innerhalb von 3 Tagen. Nutzt die neue Option zur Charakteranpassung, haben wir schon, im Spiel. Und von Monsters Inc. Inspirierte Kleidung, um ein Avatar direkt aus Monstropolis zu erstellen. Und teilt ihn mit uns, um die Chance zu haben, eins von drei Preispaketen zum Thema Monsters Monster-AG zu gewinnen. Drei Preisträger erhalten. Ein Monster-AG Mike & Salibu Popcorn-Eimer. Genau, das ist, glaube ich, so ein Plastik-Popcorn-Ding irgendwie. Und ein Monster-AG Scream-Kanister-Wasserflasche. Ich weiß nicht, warum es so zwei Preise sind bei drei Preisträgern. Also, einer gewinnt dann nochmal ein Geschenk davon. Genau, und da habt ihr mehrere Möglichkeiten, praktisch teilzunehmen. Ihr könnt einmal normal teilnehmen hier. Ihr müsst, glaube ich, sogar nicht mal ein Bild einsenden. Also, ihr solltet ein Monster erstellen, das da einsenden. Das müsst ihr hier sogar gar nicht machen. Da könnt ihr so mitmachen. Dann könnt ihr das Ganze retweeten auf Twitter. Beziehungsweise auf Axe. Dann habt ihr, glaube ich, eine zehnfache Chance sozusagen. Also, ihr habt dann zehn Bewerbungen praktisch für das Gewinnspiel. Hier habt ihr nur eine. Ihr könnt das Bild so hier einfügen. Also, als Datei hochladen. Dann habt ihr eine hundertfache Chance sozusagen zu gewinnen. Und ihr könnt das Ganze von Instagram auch nochmal hochladen. Also, ihr habt vier Möglichkeiten mitzumachen. Ihr könnt alle zusammen auswählen. Genau, geht bis zum 3. April 2024 um 12 Uhr. Äh, ist das Ganze dann vorbei. Ja. Es sollte in Deutschland eigentlich funktionieren. Äh, schreibt mir in den Kommentaren, falls es nicht geht. Aber ich glaube, es sollte in Deutschland funktionieren. Ich habe extra hier unten geguckt bei Terms and Conditions. Unser Land steht zumindest nicht als Sperrland da drin. Ja, macht gerne da mit. Ne, kostet ja nix. Und, äh, sagt mir, wenn ihr was gewonnen habt. Würde mich sehr interessieren. Genau. So. Dann einmal wieder zurück ins Game. Ja, und dann hatte ich euch ja erzählt, gestern auch im Stream, dass ich mir jetzt die Cozy Edition geholt habe. Ich brauchte ja unbedingt Mondsteine. Ich bin ja wirklich komplett blank. Äh, ich hatte ja wirklich nichts mehr. Das war alles so teuer. Mit Premium Pass. Äh, die ganzen, ähm, Shop-Sachen und so weiter. Bell, äh, Bell-Bundle. Ihr kennt das ja alles. Jetzt habe ich mir die Cozy Edition geholt. Da sind ja echt 14.500 Mondsteine drin. Genau. Habe ich mir hier für die PlayStation 5 gekauft. Da hatte ich euch ja auch gefragt, ob da ein Code drin ist oder ob das alles auf CD ist. Ob man die CD immer drin behalten muss. Es ist tatsächlich ein Code für die Mondsteine drin. Also so ein Zettel. Genau. Seht ihr auch hier hinter den Stickern, da ist so ein Code drin. Habe ich auch schon eingelöst. Ja, und da kriegt ihr 14.500 Mondsteine in den Briefkasten rein. Ihr müsst die CD nicht drin haben. Das geht wahrscheinlich aber nur für PlayStation 5. Ich habe das Ganze jetzt bei Otto.de bestellt. Ich hatte da noch einen 15-Euro-Gutschein gehabt. Das hat mich da mit Versand, glaube ich, 38 Euro gekostet. Dann habe ich das Ganze jetzt bei Ebay-Kleinerzeigen reingestellt. Habe es jetzt für 25 Euro wieder verkauft. Also das wird jetzt einer abholen. Habe dann so relativ günstig 14.500 Mondsteine bekommen. Also für 13 Euro sozusagen, anstatt 50 Euro. Ist vielleicht eine ganz gute Alternative. Ihr müsst das natürlich bestellen. Ihr müsst es natürlich dann irgendwie verkaufen im Internet. Wenn ihr das aber könnt und Bock drauf habt, habt ihr so die Möglichkeit, wirklich günstig an viele Mondsteine zu kommen. Finde ich eine gute Alternative. Genau, Welli-Starter-Paket. Ich konnte hier einfordern. 14.500 Mondsteine für einen relativ günstigen Preis. Sogar wenn ihr es für 50 kauft und für 25 oder 20 verkauft, habt ihr trotzdem nur 30 Euro bezahlt für 14.500 Mondsteine, die sonst 50 kosten würden. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Geht aber, glaube ich, nur auf PlayStation 5. Auf Switch gibt es ja in der Packung keine CD. Da ist ja nur ein Code drin. Da löst ihr praktisch alles ein. Da sind ja noch diese drei Waschbären dabei. Da ist ja noch die Hütte dabei. Diese Klamotten und dieser Grinse-Katze-Pullover. Genau, auf Xbox geht es, glaube ich, leider auch nicht. Da ist auch nur eine CD drin, ohne Codes. Genau, auf der PlayStation 5 ist es CD-unabhängig. Da könnt ihr ein Code einlösen. CD könnt ihr praktisch eher verkaufen oder auch verschenken im Bekanntenkreis oder so. Falls ihr da jemanden habt, der auch die Mondsteine gar nicht braucht. Es gibt ja welche, die brauchen die gar nicht. Die wollen einfach nur das Spiel haben. Genau, so habt ihr praktisch eine Win-Win-Situation. Einer kriegt das Spiel relativ günstig oder geschenkt von euch. Und ihr habt die Mondsteine. Ich weiß nicht, ob es auf PlayStation 4 auch funktioniert. Das weiß ich leider nicht. Ich habe jetzt nur die PlayStation 5 Hülle. Ich weiß nicht, ob bei PlayStation 4 auch so ein Code, so ein Zettel einfach nur drin ist. Wahrscheinlich. Ich gehe mal stark davon aus. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr da mehr wisst. Aber ich glaube, das ist eine gute Idee, wirklich günstig an Mondsteine zu kommen. Weil ich finde, 50 Euro ist schon viel Geld. Also ich bin ja auch nicht gerade, ich bin ja auch nicht reich oder sowas. Ich muss ja auch von irgendwas leben. Das ist echt viel Geld. Und ich habe wirklich schon sehr viel Geld in dieses Spiel gesteckt. Und boah, aber das ist glaube ich so ein guter Lifehack, wie man wirklich günstig an viele Mondsteine kommt. Ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Gibt es ja auch manchmal im Angeboterspiel oder so. Ihr müsst halt nur Bock haben, es zu verticken natürlich. Ihr müsst natürlich auch jemanden finden, der es kauft. Kann natürlich manchmal vielleicht mal eine Woche dauern. Ich habe es jetzt relativ schnell verkauft. Ihr müsst es natürlich versenden. Oder ihr habt Glück, das holt vielleicht einer ab oder so. Genau. Und ihr kriegt dann wirklich auch nur 20 bis 25 Euro dafür. Also ihr erwartet keine 30 bis 40 Euro. Das wird natürlich keiner kaufen ohne die ganzen Mondsteine. Das ist natürlich der Hauptaspekt, warum ihr die Cozy Edition holt. Genau. Ja, aber ich finde es eigentlich eine ganz coole Idee. So, jetzt habe ich erstmal wieder ein bisschen Mondsteine. 15.000 Stück mit den anderen, die ich noch übrig hatte. Da sind wir glaube ich erstmal die nächsten zwei Wochen gesaved, würde ich sagen. Genau. Dann werden wir jetzt die Mike-Mission angehen. Die Level 4 Mike-Mission. Sully hatten wir ja gestern noch gemacht. Beziehungsweise ich habe gerade noch Sully fertig gemacht. Wir hatten das noch gar nicht richtig zu Ende. Ich musste eigentlich nochmal mit dem quatschen. Ich glaube, der ist hier drin. Oder irgendwas Grünes sehe ich doch. Hier nennt er Scofys Mütze. Mikey. Jetzt finden wir ihn wieder nicht. Immer dasselbe, Leute. Immer dasselbe. Ich deaktiviere ihn hier nochmal. Wo ist er denn? Ach, da oben. Ach, der ist in seinem Haus. Okay, alles klar. Genau, hier habe ich jetzt noch den Getränkautomaten erstmal hingestellt. Ja. Let's go. Let's go. Aber er ist cool mit dem Mondstein. Also, er ist wirklich super. Oh ne, jetzt ist er wieder nicht da. Haben wir jetzt echt wieder das Problem. Das gibt es nicht, oder? Also, das haben wir jetzt jedes Mal, ne? Oh, ne. Wo läuft der jetzt schon wieder rum? Oh, ist das nervig. Oh, das ist echt nervig. Ja, das haben wir jetzt immer. Immer wenn einer eine Quest hat, ist der in seinem Haus. Man geht ins Haus rein. Da ist er aber nicht. Oder übersehe ich ihn irgendwo. Ey, Sully, weißt du, wo Mike ist? Keine Ahnung. Der ist irgendwie wieder weg. Hm. Keine Ahnung. Da ist er. Ja, wunderbar. Okay, man muss zwei, drei Mal reingehen. Dann funktioniert es. Olli, hier bin ich. Hey, genau die Person, die ich sehen wollte. Wir müssen über das Tal reden. Aber ganz, ganz dringend. Was gibt's denn? Wie soll ich es nett ausdrücken? Es sieht schrecklich hier aus. Überliegen Nachtdorn rum, Hölzer. Du musst unbedingt aufräumen. Das Tal ist ja schön und so. Aber, äh, ja, danke, danke. Okay. Es gibt keinen Anreiz, keine Kultur, kein, kein Schwung. Du verstehst schon, es ist absolut öde und langweilig. Äh, nicht wirklich, oder? Wir haben hier wirklich tolle Attraktionen. Wir haben hier eine Kirmes. Wir haben einen Wald, wo du spazieren gehen kannst. Wir haben viele Gebäude. Wir haben einen Strand. Wunderbar. Okay, lass mich erklären. Ich war sowohl in Remis Restaurant als auch in Dagobets Land. Und, naja, sie haben eine Google-Bewertung von einem Stern von mir bekommen. Was? Was ist denn bei Herrn Duck passiert? Nichts, nur er braucht dringend ein paar Lektionen darüber, was angesagt ist. Er ist wirklich gar nicht mehr lit. Der muss echt mal Instagram haben und ein paar Blogs lesen und sowas. Er hat wirklich gar keine geile Fashion mehr. Ja, bei mir hat er gar keine Mode mehr, Mike. Es gibt leider nichts bei ihm. Ja, nur so Küchentheken und L-Formations-Sofas und Betten und so. Der ist wirklich echt oll, der alte Kerl. Der hat ja mal gar nichts. Ja, er könnte etwas mehr Abwechslung haben. Dem stimme ich zu. Was ist bei Jeremy? Ich habe gehört, dass er ein fantastisches Gericht hatte, bei dem sich alles um frisches Obst dreht. Die irgendwas mit dem Thema Himbeeren feiern oder so. Ich dachte, Remi soll ein guter Koch sein. Ja, es ist nur eine Legende, die sich so erzählt. Ich bin hier der Koch. Ich nehme an, du hast ein paar Ideen, um das zu verbessern. Ja, natürlich. Was ist also der Plan? Dieser Ort braucht ein bisschen Stil, so wie ich. Ein bisschen Schwung. Juhu. Vor allem, wofür braucht er eigentlich neue Kleidung? Er ist doch eh immer nackt. Ein kleines Je Ne Sarko, das anscheinend nur ich bieten kann. Also gut, was willst du ins Tal bringen? Oh, de Closette. Eine Toilette? Es ist so naturbelassen hier. Ich will so riechen, als würde ich gleich einen Monatsguide bei Harryhausens ausgeben. Nicht so, als könnte ich gerade von einem Bauernhof kommen. Äh, klar, was für ein Oh, de Closette willst du denn machen? Ich kann dir ein paar Gewürze wie Vanille besorgen. Vielleicht etwas Moschus. Darauf stehen die Ladies, kann ich dir nur sagen. Was? Nein, nein, nein. Ich habe schon eine Freundin. Wir nehmen die edelsten Zutaten. Faulner Fisch. Äh, wie bitte? Er mal mit seinem faulenden Fisch? Ist der denn auch so in dem Film, dass er so stinkig immer ist? Wenn du mit Sully sprichst, wird er sagen, dass Orde Faulner Fisch altmodisch ist. Aber für mich ist es einfach klassische Eleganz. So habe ich auch mein Schnuckelein kennengelernt. Das sollte nicht allzu schwer sein. Erster Schritt, hol dir einen alten Fisch von Remi. Dann vergrabe ihn und lass den Duft reifen. Trotz meines gesunden Verstands, ich bin mal dabei. Wir müssen nicht hochleveln. Super, Olli. Richtige Einstellung. Hol dir einen speziellen Fisch von Remi. Ja, genau. Ja, ihr habt das wahrscheinlich wieder alles schon durchgespielt, Rucki Zucki. Ich lasse mir auch immer Zeit. Ich lasse mir auch mit dem Sternfahrtzeit. Da habe ich früher auch tatsächlich für Videos auch immer alle Sternfahrtsachen freigekauft. Das kostet bestimmt auch irgendwie 7000 Mondsteine. Das mache ich auch nicht mehr. Also wir werden zusammen das gemütlich die nächsten 30 Tage immer beim Stream ein paar Aufgaben machen. Das werde ich auch nicht mehr machen. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen blöd und unvernünftig. Ja, nur für so ein Video alles freizuschalten. Und ihr habt ja eh schon immer alles relativ. Man sieht ja eigentlich auch, was man immer so bekommt. Genau. Hallo, Olivier. Was für eine kulinarische Arbeiteuer erlebst du heute? Ja, irgendwas mit Fisch. Und ja, gestern hatten wir ja schon Kompost gehabt. Es wird immer besser. Ich wünschte, ich wüsste es. Das macht ihr mich ja neugierig. Ich helfe Mike beim kleinen Project. Wir brauchen einen Fisch, der vielleicht ein bisschen älter ist. Glaubst du, du kannst uns helfen? Ja, klar. Machst du ein paar Experimente zum Thema Gärung. Da kenne ich mich aus. So könnte man das auch nennen, ja. Das ist ja fantastisch. Machst du Surströming oder Funasatsu Sushi? Was die der Kultur auf der Welt nutzt, die Fermentation in irgendeiner Form. Aber dieser eine Fisch ist doch dieser schwedische, dieser skandinavische aus der Büchse. Dieser faulige Ekelfisch, den immer alle YouTuber essen. Dieser Senström oder wie der heißt. Eigentlich ist es für einen Orde-Klosett. Oh, oui, oui, oui. Okay, das ist sehr ungewöhnlich. Was du nicht sagst. Aus den Gesprächen, die ich mit Mike und Sally geführt habe, frage ich mich, ob sie eine größere Fülle an Geschmacksrichtungen haben. Eine größere Fülle, was meinst du damit? Wir alle haben bestimmte Geschmacksrichtungen. Süß, salzig, sauer und so weiter und Umami. Aber was ist, wenn die Monster einen viel umfangreicheren Gaumen haben? Was ist, wenn das, was wir als eklig empfinden, für sie nur ein anderer Geschmack ist? So wie für uns Bita oder Umami. Ey, der sagt sogar echt Umami. Das ist ja lustig. Das ist ja witzig. Da hast du mal gar nicht so Unrecht, Remi. Du bringst es auf den Punkt. Wie auch immer, hier ist der Stinkefisch. Ich hatte in den letzten Tagen nicht viel Bestellung mit dem Meeresfrüchten. Also sind sie nicht mehr ganz frisch. Ich wollte sie gerade auf den Kompost werfen. Hoffentlich helfen sie bei deinem Plan. Toll, danke, Remi. Ich weiß zwar nicht, wo hier der Komposthaufen ist, aber... Danke, dass du es einfach mitten auf die Straße wirfst und wir alle da reintreten. So machen wir das hier in Frankreich und es funktioniert seit Generationen. Dankeschön, her damit. Bitte, Oliver. Merci beaucoup. Viel Spaß beim Stinkefisch. Pflanze den ruinierten Karpfen irgendwo am schillernden Strand. Alles klar. Müssen wir mal machen. Schwupps. Schwuppidi-dupp. Einmal zum Strand. Ha, ich liebe einfach meinen Rucksack. Ich habe mich jetzt auch wieder ein bisschen normaler angezogen. Genau. Mit der Monster-LG-Jacke aus dem Sternpfad. So, was können wir eigentlich noch hier machen? Hier ist doch sogar noch ein Loch. Genau. Einmal den Stinkefisch rein. Muss ich den noch gießen? Oder... Lasst den Duft des ruinierten Karpfens reifen. Warte 15 Minuten. Alles klar, Leute. Dann sehen wir uns in 15 Minuten wieder. So, 15 Minuten später ist der vergammelte Fisch fällig gereift. Wunderbar. Ja, bringen den verdorbenen Karpfen zum Mic zur Bewertung. Das werden wir natürlich machen. Genau, was ich auch nochmal zu dem Spiel sagen wollte. Ihr müsst natürlich auch bei Ebay-Kleinzeigen oder wo immer ihr es auch verkauft, immer reinschreiben, dass die 14.500 Mondsteine natürlich schon aufgebraucht sind. Also, dass ihr den Code schon verwendet habt. Weil ich auch mal viele bei Ebay-Kleinzeigen sehe, die haben gar keine Beschreibung da drin. Also, die verkaufen das Spiel für 30, 35 Euro. Da weiß man gar nicht, ob da jetzt die Mondsteine schon eingelöst wurden oder nicht. Weil viele wissen ja vielleicht auch gar nicht, dass die da drin sind oder so. Also, da gibt es schon auch viele Betrüger im Internet. Da auf jeden Fall immer ehrlich sein, dass auch reinschreiben. Genau. Ich meine, darum kostet es ja auch nur 25 Euro. Aber viele wissen das ja auch gar nicht, dass da Mondsteine drin sind im Normalfall. Ne? Ja. Ja, genau. Äh, verdorbener Kaffee zu Mikey. Mikey, Mikey, Mike. Und jetzt müssen wir ihn wieder suchen. Wo ist er? Mikey! Wo bist du? Mikey Dax? Da. Schreibt doch gerne in die Kommentare, wie ihr das Update bisher findet. Also, ich habe von vielen natürlich wieder gelesen, zu schnell vorbei, zu wenig Neues. Ja, finde ich auch. Ist halt, wie gesagt, so ein Standard-Update. Habe ich auch bei den Patch-Notes schon gesagt. Ist halt so ein ganz normales Ding. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ist ja so als kleiner Zwischensnack ganz gut, bis das Zwift-in-Time-Update dann im April. Oder ich hoffe, im April kommt, oder im Mai kommt. Mit dem normalen Update dann wieder zusammen. So wie im Dezember. Hier, bitteschön. Aber so ist es ganz okay. Also, mehr Neuerungen im Multiplayer wäre natürlich schön gewesen und so. Bitte sehr, ein verdorbener Karpfen, wie gewünscht. Hm, lass mich mal schnuppern. Schnüffel, Schnüffel. Das riecht fantastisch. Es ist perfekt, Olli. Wie lecker, fantastisch. Du hast ihm genau die richtige Zeit zum Reifen gegeben. Nämlich 15 Minuten. Ja, ist nicht so lange. Der Schlüssel zur Beurteilung, ob er einsatzbereit ist oder nicht, liegt im Geruch. Wenn er frisch riecht, ist er noch nicht fertig. Aber wenn du das Aroma von Ammoniak und die Süße des Müllcontainers warnest, weißt du, dass er perfekt ist. Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Also dafür wurde ich hier nicht engagiert. Hey, wir sind alle mal Anfänger. Ich habe auch mal klein angefangen. Was kommt als nächstes? Als nächstes haben wir die letzten Zutaten für das Orde-Klosett. Wir brauchen ein leeres Fläschchen. Was auch sonst? Um das Orde-Klosett hineinzutun. Und fruchtbare Erde für die erdige Note. Sobald es fertig ist, können wir es zu Herrn Duck bringen und sehen, ob er was für die anderen Dorfbewohner aufbewahren will. Oh Mann, hier, bitteschön. Der vergammelte Fisch. Thank you. Witzig, dass man eigentlich den die Sachen mal erst gibt. Und dann nach dem Gespräch gehen die erst wieder zurück. Stelle das monströse Orde-Klosett her. Machen wir ab zu Goofy. Whee! So. Äh, genau das ist das hier. Sieht gut aus. Uiuiui. Schöner Flakon. Könnte man so bei Flakoni verkaufen. Gib Dago Bad Duck eine Probe des monströsen Orde-Klosetts. Ja, der wird sich freuen. Der wird sich freuen. Aber vielleicht mag er es ja. Dago! Hallo. Hier, bitteschön. Ah, Olli, was ist das denn für eine fantastische Flasche? Sieht teuer aus. Was bringst du mir da mit, Olli? Es ist das angesagteste Orde-Toilette im Tal. Es tragen jetzt alle New York und Paris und so weiter. Und in Tokio. Entworfen von Mike Glotzkowski und meiner Wenigkeit. Los, schnuppern wir dran. Aber natürlich. Schlüffel. Was denkst du? Olli, ich kann nicht in Worte fassen. Wie fürchterlich das riecht. I-Gitti-Gitti-Gitz. Das riecht ja schlimmer als meine fünfte Ex-Frau. Das ist aber sehr schade. Warte einen Moment, Olli. Ich glaube, mir fallen die richtigen Worte ein. Es riecht schlimmer als das damals, als meine drei Großneffen alle noch Windeln trugen und die Magen-Darm-Grippe hatten. Und er hatte ich auch letztens. Erinnere mich nicht daran, Dagobert. Das war fürchterlich. Oh. Und es riecht, als hätte Goofy sein Fang eine Woche lang in der Sonne liegen lassen. Hahaha. Eigentlich witzig, dass du das sagst. Aber ich bin ein Geschäftsmann, Olli. Wenn du mir einen Dorfbewohner zeigen kannst, der dein Ode-Toilett-Klosett natürlich gerne trägt, werde ich mit Tracht ziehen, es zu verkaufen. Wenn du ein dreifaches Siegel auf die Flaschen machst. Der Kunde hat schließlich immer recht, denn er hat das Geld. Okay, das geht klar. Versuch es mit Ska und Vanillopee. Die haben eh keinen Geschmack. Ich würde sagen, sie sind unterschiedlich genug, dass wir damit eine repräsentative Auswahl haben. Los geht's. Alles klar. Freundlich sind Darm. So. Da haben wir schon mal Skari. Der shoppt gerade ein bisschen. Hey, Ska. Was ist das denn für ein betörender Geruch? Ska, ich habe ein Geschenk für dich. Hast du? Endlich bekomme ich, was mir zusteht. Dem König des Dschungels, der Savanne und des Valleys. Welchen Tribut bringst du demjenigen entgegen, der König sein sollte? Nun, ich könnte es dir erzählen, aber ich zeige es dir lieber. Mach dich bereit für einen Spritzer. Ein Spritzer? Was ist ein... Da kommt mir ein... Ein Knäuel, ein... Da kommt mir alles hoch. Ein Wollknäuel hoch. Wie heißt das nochmal bei Katzen? Nicht dieses Wollknäuel-Fellknäuel hoch. Dieser erbärmliche Geruch. Wurde selbst ein Rudel hier in den Schwanz einziehen lassen. Magst du es nicht? Nein. Es riecht ja schlimmer als diese eklige französische Ratte. Zugegen mir, es riecht wirklich ziemlich übel. Und trotzdem hast du mich ausgesetzt. Dem ausgesetzt. Also wenn Dagobert dieses Eau de Closette in seinem Laden verkauft würde, wärst du daran interessiert, das zu erwerben für 50.000 Münzen. Ich werde darauf keine Antwort geben. Sollte es einen berechtigten Grund geben, mit mir zu sprechen, werde ich in meiner Höhle sein und versuchen, diesen entsetzlichen Gestank zu beseitigen. Tschüss. So, ab zu Vanellope. Wo ist sie? Wanne. Ne, Wanne heißt ja schon Vanessa, ne? Lopi, Lopi. Da ist sie auch. Die kleine, süße Maus. So. Ja, ich sag immer noch, bestes Update war immer noch Toy Story Update. Da kam Stitch, Buzz und, ähm, Woody. Und Stitch kam erst nach zwei Wochen, wo man diese Socken gesammelt hat. Fand ich sehr cool, dass du dann erst nur einen Charakter bekommen hast. Und du hattest drei Häuser. Das war, das war der Hammer. Das war bisher das beste Update. Muss man echt tatsächlich sagen, aber ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Das hatten wir niemals wieder so. Das war richtig, richtig cool. Und man musste nichts bezahlen. Das war alles gratis. Da ist sie. Uga, Aga, Aga, Familie. Hey, Vanellope, hallo, kann ich einmal mit dir reden? Was ist das denn? Ist das was Süßes? Ne, das ist ein wunderbarer Geruch. Vanellope, du würdest für ein besonderes Geschenk, du würdest für ein besonderes Geschenk ausgewählt. Wirklich? Ich bin ein Glückspilz. Das ist etwas, was Mike und ich schon seit, Nein, ich will diesen Geschenk ohne Erwartung annehmen. Ich liebe überhaupt schon. Gib her. Gib, 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 gib. Bist du sicher? Ja, her damit. Gut, dann mach mal für einen Moment die Augen zu. Du kriegst den Spritzer ab. Was hältst du davon? Wow, das riecht übel. Wie reißt altes Haus dem Müll übel? Oh, du magst es nicht? Naja, es ist kein Dupf für den Alltag, aber er ist trotzdem irgendwie cool. So schlecht zu riechen, das ist irgendwie eine Superkraft, oder? So kann man das natürlich auch betrachten. Wirst du so zum Schurken? Hm, eher eine unabsichtliche Folge von meiner Macht. Ich weiß nicht, ob ich es ertragen könnte, noch mal so zu riechen. Aber ich werde auf jeden Fall ein paar Orte finden, an denen ich richtig zinken kann. Hahaha. Alles klar, du machst das schon mal, Nelope. Viel Spaß. Tschüss. Ich bring die Prinzessin des übligen Gerufs. Sehr schön. Dann gehen wir mal zu Mikey. Erstatte Mike-Bericht. Alles klar. Ei, Ei, Käpt'n. Nein. Äh, reden. Na, wie geht's? Nun, ich nehme an, das ist nicht so gut gelaufen, wie wir gehofft haben. Äh, ja, sie sind noch nicht bereit für deine Vision. Also, die Welt ist noch nicht bereit dafür. Du bist an der Zeit voraus. Das ergibt Sinn. Zum Glück schätzt du guten Geschmack. Wenigstens habe ich noch etwas Eau de Closette für einen besonderen Anlass übrig. Jetzt müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf die Feinschmecker-Szene hier richten. Äh, müssen wir das? Müssen wir das? Ja, das Essen hier bringt mich um. Woran hast du denn gedacht? Ich habe mich über die heißesten Trends in der Welt der Lebensmittelform informiert und Straßenessen zur Hort Hort de Cousine zu machen. Hort Hort de Cousine. Ich hatte mal ganz kurz Französisch ein, zwei Jahre. Ich habe alle schon wieder vergessen. Je suis Olivier. Je m'appelle. Scheint gerade letztes Schrei zu sein. Wir lieben fantastische Hausmannskost. Was willst du also machen? Lass es uns interessant machen. Ich gebe dir die nötigen Zutaten. Du schaust, ob du was machen kannst, was mir vorschwebt. Klar, let's go. Ausgezeichnet. Denkt daran, wir nehmen etwas Klassisches und werten es auf. Es braucht Eleganz und Schwung, so wie ich es habe. Okay, gib mir die Zutaten. Nun, die normalen Zutaten sollten ganz einfach sein. Weizenmilch und eine Muschel. Aber die Hauptzutaten ist ja ein bisschen kniffliger. Wenn Sky eine Hauskatze ähnelt, spuckt er in seiner Höhle Fellknäule. Witzig, dass ich jetzt Fellknäule erwähne. Das ist ja witzig. Aus und lässt sie dort liegen. Ekelig, aber wahrscheinlich richtig. Warte, du willst, dass ich mit einem Fellknäule koche? Nicht irgendein Fellknäule, sondern ein herrschaftliches Fellknäule. Dadurch wird das Ende gibt es viel edler. Tada! Ich werde es zwar bereuen, aber ich bin dabei. Toll, ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie sich das entwickelt. Witzig, dass sie echt das Fellknäule jetzt erwähnen. Mir gibt es so Scar's Höhle. Das werden wir natürlich machen. Einmal hinreisen. Ja, das ist lustig. Das ist lustig. Genauso wie Umami. Als hätte ich es vorausgeahnt. So. Ja, anders Outfit. Auch sehr schön, das Neue. Sieht super aus. Super, super toll. Ja. Klasse. Mag ich gerne. Könnte eigentlich auch ihr Standard-Outfit eigentlich sein, was sie von Anfang an hat. So. Sammle die Zutaten für Maikes Rezept. Einen herrschaftlichen Haarball. Hier. Boah. Okay, man muss sagen, Mike hat echt die ekligsten Quests. Oder Sunny, glaube ich, auch mit dem Kompost einmal. Ne? Mit dem Ekelfisch, mit dem Fellknäuel. Widerlich. Ja, Papa, ich bin so gern in einem Rucksack. Ja, das ist echt süß. Ich würde am liebsten einen Regenbogenfuchs da reintun. Weizen und Milch. Oh, nee. Milch gab es auf jeden Fall bei Remy, glaube ich, ne? Und Weizen gab es Wiese oder Strand, war das, oder? Glaube ich. Das hat mir auch gestern, der hat mir gestern gar nicht angebaut, aber habe ich gestern auf jeden Fall gesehen. So, und Weizen. Dass sie auch kein Weizen haben. Unglaublich, Leute, oder? Typisch. Aber holen wir jetzt eben. Ist ja kein Problem. Genau, ich muss mal gucken, wo es das gab. War das hier? Tatsächlich. Aber ich glaube, das wächst relativ schnell, ne? Hey, Olli. Möchtest du wieder was kaufen? Ja, nur ein Weizen. Das ist wenig, aber kein Problem. Sehr gut. Genau, das können wir auch hier direkt einbuddeln. Ja, es wächst, glaube ich, schnell. Schwuppidi-Schwupp. Also, ich glaube, wächst das nicht so in 30 Sekunden oder sowas? Okay, schon mal ein paar Nachtdorn wegmachen. Goldene Kiste habe ich auch schon gefunden. Nächstes Mal kommt auch mal wieder Beutel-Anboxing. Bin schon wieder fleißig am Sammeln, aber ich habe immer noch ein bisschen zu wenig. Ne? Kisten. Kisten finde ich meistens auch wirklich bei mir immer auf der Insel der Ewigkeiten. Also, hier finde ich auch wirklich gar keine Kisten mehr. Den Müll können wir auch noch mal eben wegmachen. Invertar mal sogar gar nicht so voll. Das ist auch sehr schön. Genau. So, es ist jetzt gewachsen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich glaube, es ging schnell, oder? Wir können doch mal gucken. Genau, Sternfahrt bin ich auch wirklich noch nicht weit. Kann ich euch auch noch mal zeigen. Habe ich auch noch nicht wirklich viel freigeschaltet. Ja. Hier seht ihr es. Wirklich nur die erste Seite und von der zweiten habe ich auch nur den Brunnen geholt. Machen wir aber alles noch. Genau, da ist er doch fertig. Habe ich mich doch nicht getäuscht. Koche eine leckere, monströse Leckerei mit den von Mike vorgeschlagenen Zutaten. Ja, das machen wir mal bei mir zu Hause mal wieder. Ne? Jemand hat sich auch mal eine Haustour gewünscht. Ich hatte, glaube ich, schon mal eine Haustour gemacht. Das hat sich auch gar nicht so viel geändert, leider. Also, eigentlich mache ich das meiste immer nur im Wohnzimmer. Hier müsste ich nur mal die Wand ändern. Also, so viel hat sich eigentlich gar nicht geändert. Die Zimmer sind eigentlich alle relativ random und teilweise nicht so schön dekoriert. Aber ein paar gute Zimmer sind wohl dabei. Ja. Ne? Müsste mal mal gucken. Da ist es doch. Feinschmecker Rottdog. Mh, lecker. Die gibt es doch bei Ikea. Ui. Mh. Exquisit. Zeige Remy den Feinschmecker Rottdog. Alles klar. Ciao, Mike. So. Ah. Jetzt noch endlich Wochenende, Leute. Ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen erholen. Viele müssen ja von euch auch am Wochenende arbeiten. Ja. Trotzdem wünsche ich euch ein erholsames Wochenende. Eine erholsame Schicht oder Arbeit oder was immer ihr auch macht. Bitteschön. Grüßt eure Familien. Oh, Olivier. Geh von mir auch viele Grüße. Oh, hilfst du Mike immer noch mit eine Eau de Closette? Wir haben uns auf die Zubereitung von Leckereien konzentriert und als kulinarischer Experte des Dorfes würden wir gerne deine Meinung hören. Dann gehen wir zu Frank Rosin. Oh, Eva. Was hast du da gemacht? Es ist eine Anlehnung an das von Mikes Lieblingsgericht aus seiner Heimat. Ein Feinschmecker Rottdog. Okay, ich muss mich gleich übergeben. Hier, nimm ein bisschen. Uah. Es tut mir leid, aber das schmeckt wie Mühl und eigentlich liebe ich Mühl. Äh, ich schätze, das bedeutet, dass Mike es lieben wird. Ich muss sagen, ich bin fasziniert von seinem Gaumen. Den hätte ich auch gerne. Ich bin sicher, du hast hart daran gearbeitet. Für Mühl muss man sich nicht schämen. Meine Familie und ich haben viel Mühl gegessen, bevor ich Küchenchef wurde. Aber ich bin froh, dass dieser Kapital meines Lebens abgeschlossen ist. Obwohl, wenn du ein bisschen Mühl für mich hast, ich bezahle gut. Na gut, ich guck gleich mal. Warum bringst du es nicht zu Mike zurück? Ich bin sicher, dass es ihm gefallen wird. Dir bitteschön. Ich hab nur einmal drauf abgebissen. Lecker. Hier, Mike. Und jetzt bin ich der neue Superstar-Visionär des Tals, oder was? Äh, fast. Halte deinen Applaus zurück, während ich mich auf meine Nahaufnahme vorbereite. Eigentlich möchte Remy den Feinschmecker-Rottdog nicht. Er möchte ihn wieder retournieren. Was? Tut mir leid, Mike, aber ich glaube, dein Geschmack ist für die meisten Leute hier ein bisschen zu experimentell. Ah, es ist wahr. Das war schon immer mein Fluch. Der Zeit voraus Bahnbrechen revolutionär und gut ausseht. Ach, manchmal wird es einsam, wenn der Erfolg dich so hoch, äh, im Por hebt. Ich will nicht, dass du hier einsam bist. Komm, wir finden schon welche für dich. Ich hab eine Idee. Warum teilst du den Feinschmecker-Rottdog nicht mit Sully? Ich wette, er würde sich über ein bisschen Geschmack von zu Hause freuen. Und wieder zurück, den Hotdog. Der ging schon durch fünf Hände gefühlt. Tolle Idee, Olli. Ich gehe und suche ihn. Belausche das Gespräch von Sully und Mike. Meine Güte, das ist aber hier ein schöner Ort. Ja, das stimmt, blaue Oma. Wo ist Sully denn? Folge mir, Olli, da ist er doch. Mein großer, dicker Freund. Hey, Mikey, ich hab etwas Unglaubliches von der anderen Seite des Tals gerochen. Was hast du da? Das riecht richtig, richtig lecker. Lass deine Augen und deinen Magen an dieser Delikatesse teilhaben. Ein klassischer Rottdog, wie von zu Hause, wie von früher. Oh, wow, das erinnert mich an früher, wo wir noch jung waren und knackig und ich noch nicht so beharrt. Zweites Semester, erinnerst du dich an das Wettessen? Das war legendär. Hey, wenn die Rottdogs damals so geschmeckt hätten wie diese, wäre ich vielleicht besser gewesen. Vielleicht hatte ich das Rezept bei meinem nächsten Besuch mit der Mu. Wer ist denn die Mu? Wer ist denn das? Die Mutter? Wie denkst du jetzt über das Tal? Viele Hörti haben einen seltsamen Geschmack. Ich weiß, es ist nicht gerade toll, wenn andere Leute dein Interesse nicht teilen, aber wenigstens konntest du dich mit deinem besten Freund treffen und eine nostalgische Leckerei teilen. Selbst wenn die Dorfbewohner nicht dasselbe essen mögen wie du, freuen sie sich trotzdem, dass du den Weg hierher gefunden hast, zurückgefunden hast. Oh nein, du bringst mich zum Wein, Olli, ich bin sehr emotional. Wie soll ich meine Gelassenheit bewahren, wenn ich wegen dir ein feuchtes Auge kriege? Du hast recht, entschuldige. Hör zu! Wir Städte haben ein Image zu pflegen, wir sind die geilsten. Und noch etwas, Olli. Ja, Mike, auch wenn dein Geschmack fragwürdig ist, du bist immer noch der Beste. Dankeschön. Haben wir nichts geschenkt bekommen? Wir kriegen kein Geschenk. Naja, alles klar, das war auf jeden Fall die Level-4-Mission von Mike. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die fandet. Ich fand es ganz okay, nichts berauschendes. Ne? Ja, ist ganz in Ordnung. Lasst gerne ein Abo und Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Dankeschön. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video oder auf Stream wieder. Und bis dahin, ciao, ciao! Ciao!